Viel gibt es darüber ja nicht dazu sagen. Okay. DLC gab es für 5 Euro, deshalb habe ich sie mir gekauft, aber ich glaube ich spiele mit der hier. Das war's für 5 Euro, deshalb habe ich sie mir gekauft. Ich habe sie mir gekauft, aber ich habe sie mir gekauft, aber ich habe sie mir gekauft. Ich habe sie mir gekauft, aber ich habe sie mir gekauft. Ich habe sie mir gekauft, aber ich habe sie mir gekauft. Ich habe sie mir gekauft, aber ich bin mir gekauft. ich hab mir diese chinesen dlc gekostet, weil die so billig waren und normalerweise benutze ich das reptil, weil das so geil aussieht und was ich auch geil finde, ich hab das Spiel mit, nämlich ne Balli nicht gespielt, ok, ich hab seit 5 Stunden gespielt was ich auch geil finde zuerst sah es so aus, als würde es gehen, aber Alter, die haben da oben schon den Boss gefunden, hol der Brot so 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 Was ist das? Also ich habe trotzdem die geile Pizza gefressen mit Salam, scharfer Salam, Bacon, Cheese. Ich mag den Skin von der Tiefe drauf. Was ich auch richtig geil finde, ist, dass die legendären Hunter nur noch 200 dauerhaft verstanden sind. Ich mag den Waffen-Skin hier total. Das Problem ist, ich kann mit der Sniper nicht schießen, ich bin so scheiße. Ich habe auch generell Probleme in dem Spiel über Proben, was ich habe. Ich habe auch nicht da, was ich habe. Ich habe auch nicht da, was ich nicht da. Ich habe auch nicht da. Ich habe nicht da. oh mein gott ich würde gerade sagen jetzt würde ich es markieren können weil es auch für mich so aus wie diese kleinen Welle ja 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 ich weiß auch nicht welches Bildqualität sein wird weil ich will das 5 aufgesetzt ich hatte so viel scheiß auf dem Pizel zwei Aure ich habe meine VPN-Kette ausprobiert aber die machen alles langsam Komm schon mal, ich gucke es um Schöpfer zu machen. das ist echt schwer Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, ich war hier noch nie drin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich denke so. Vielleicht ist es besser ein Exit. Oh mein Gott. Sie sind nicht so einfach mit der Hilfe. Oh mein Gott. Bro, haben wir noch nicht geholfen? DUDOS, was ist die Scheiß-Tüge gemacht, Alter? Wien für Kinker denn nur? DUDOS, 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 DUDOS DUDOS, DUDOS, DUDOS DUDOS, 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 DUDOS was sie machen können ich habe heute schon hand auf level Weilen Sie aus, dass man etwas kreischt wird und wir haben es nicht nur Wettbewerb, die im Ideen zu haben. 1. Beispiele der Fähigkeiten 1. Klappe auf speaking 2. Teile der Fähigkeiten 1. Fähigkeiten 3. Wir promisechen 5. Beispiele der Fähigkeiten 4. Beispiele der Fähigkeiten 6. Beispiele der Fähigkeiten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Video Event und das letzte Event habe ich verpasst, hier sind hier voll viele Skins sind da und auch voll viele von den Legendären. Ich habe die, die ich habe, die ich nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn mein Geld weg ist, gehe ich auf Prestige. Ich hab auch mal in der Kampf walten lassen, das kann man halt mal machen. Ich hab auch mal in der Karte geholfen. Ich weiß nicht, wenn ich den Weg bin. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 normalerweise macht die waffe viel damage alter war das durchs holz geschossen oder was der müsste tot sein zwei schluss müssten die normalerweise töten so wie sie mal gucken oh mein gott ist sie ist sie oh mein gott meine sohn spiel spielt spielt es am besten gar nicht ich frage mich ob ich mal die musik auspacken soll aber du kriegst so wenig munition mit ja das ist das problem und ich verstehe auch gar nicht wie ich gerade die ganze zeit an den geschossen hat leck mich am arsch alter ich habe echt in dem spiel das gefühl dass die kugeln einfach viel zu langsam fliegen machen oder das selbst wenn man direkt drauf ist und schießt die kugels die treffen einfach nicht schnell genug das muss man immer vorausziehen ein bisschen oder so aber das nervt total vor allem weil es ja auch normalerweise keine rolle spielt wenn der typ keine ahnung sechs meter vor die steht oder so ich habe die ganze fast 16 gb gebraucht bei spielen jetzt habe ich windows neu drauf gehauen kein problem jetzt habe ich mir extra noch mal 16 gb dramspeicher gekauft in der nacht ich mag die was eigentlich ich mag diesen nachlademechanismus ich finde den super cool das muss man schnell fest aufmachen alter ich sage später noch ein bisschen bettel viel weil ich wollte eigentlich halt früh bettel viel spielen aber die server habe ich schon wiederum gespackt alter und immer in der frühe immer in der frühe keine ahnung warum ja Morgen kommt irgend so ein Drachenspiel raus, wo man einen Drachen fliegt. Oh! als gestern schneiden die scheiße und man hat sich auch viel öfters nach und Oh! Hey, Dad. Wow, ich gebe mir schon, Säge. Vielleicht sollte ich wieder diese eine Granate mit den Stacheln ran. Die saue Effektivheit wird nur ein Monster. Ernsthaft jetzt? Jetzt kommt der Ninja. Vielleicht wird es mir schlafen. Vielleicht wird es mir schlafen. Vielleicht wird es mir schlafen. Ich darf den Schäfen mir so. Es ist nicht schlafen. Ich darf den Schäfen mir so. Ich darf den Schäfen. Es ist nicht schlafen. Ich darf den Schäfen. Oh, wie war ich? Ich darf den Schäfen. Ich darf den Schädel. Ich darf den Schäfen. Ich darf den Schäfen. Ich muss mal aufpassen, weil wir hier rutschieben. Ich muss mal aufpassen, dass wir hier rutschenken. Sie hat mehr Zoom, die Waffe, da oben. Nein, oder ich bin ein bisschen rein. Ich bin ein bisschen rein. Ich habe keinen Step gehört, gar nichts. Ganz im Ernst, ich erinnere mich an das Spiel als Steps, du kannst hören und und und. Und jetzt gucke ich gerade aus, sind die Schüsse hinter mir. Ich bin ein bisschen rein. Ich bin ein bisschen rein. Die Nummer ist eh gelaufen. Ich bezweifle stark, dass der Lass reingegangen hat. Ich weiß, dass ich weiß, dass die Schüke schügel nicht so gut ist. Ich weiß, dass ich da was, dass Sie hier schütteln können. Der Schüke schütteln. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was bedeuten diese Totenkopfdinger, Alter, das check ich gerade nicht so ganz. Aber ich habe echt gar kein Geld verloren, ich habe bei 77.000 angefahren und ich habe mir tatsächlich heute neun Hunter gemacht, neun Stück und ein paar davon gibt es ja noch. Den hier habe ich heute auf Level 50 gemacht, dann hatte ich fünf von denen noch, zwei Asiatinnen, einen normalen Typen und dann, aber es sind doch ein paar von meinen anderen hohen Level drauf gegangen. Ich will 5 Asiat auf einer Hand haben, aber ich habe erst drei Level 50er, mir fehlen noch zwei Stück. Ah no! Ganz im Ernst, ich hätte sogar so keine Chance gehabt. Es sei denn, ich hätte das letzte Mal nicht geschafft. Ich habe das letzte Mal nicht geschafft. Ich habe schon wieder meine Waffen ausgedacht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier oben bin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich meine Ausrüstung bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich hier oben bin. Nein, ich habe wiederum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schießt nicht, schießt nicht, oder? Oh, und du fängnest? Ja, ich kann es sehen. Oh, und du fängnest. Du dir hättest mir zu kurz, um es viel zu laut. Ja, doch. Ja, ich habe noch mit Shotgun, dass ich die Meta nicht sehe. ich habe keine chance ich habe keine chance aber er hätte ihn nicht umgelegt aber das kann ich unmöglich das ist wie sich der typ hat das fäustchenlacht da ich glaube Rampen. die selbe auf uns nicht besser Alter, ich bin jetzt viel Mann 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 Der hat sich schon wieder aufschraubt. Was ist das so eine gute Chance? Der ist so eine Knochen. Das ist nicht so. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Alter, hier gibt es so viele Lippen. Hier ist es schön ruhig. Obwohl, vielleicht lass es jetzt letzte Runde da noch mal ein bisschen, ich schätze mal, das ist dann langsam, aber so gut wie sicher für heute. Ich überleg mir grad, ob ich das Fire HD 10 kaufen soll, dieses Tablet da von Amazon. Aber ich hab dir, das soll nicht besonders gut sein. Und für 150 Piepen ist das sogar ziemlich scheiße. Es war ein Angebot für 70 Euro oder so, aber... Ja, das Angebot ist vorbei. Ich höre voll viel, alter. Auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Keine Ahnung, ob man das mal auf dem Video hören kann, aber ich hab voll viel auf der linken Seite. Ja... 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 Was machen wir denn, kommen die zu uns? Scheint sich uneinig zu sein. Alter, ich benutze ernsthaft 11.900 MB von meinem RAM-Speicher und mein V-Rahmen, alter, what the fuck. Alter, der Scheiß kommt hier immer in der Rotofahrt. Was machen die da, alter? Ich kämpfe da nicht mal, sayonara boys. Das ist ein bisschen wert. ich will die Waffe nicht nehmen, aber dafür muss ich alles weglegen, de facto. Ich will die Waffe nicht nehmen, ich will die Waffe nicht nehmen, ich will die Waffe nicht nehmen. Ich will die Waffe nicht nehmen, ich will die Waffe nicht nehmen, ich will die Waffe nicht nehmen, sie werden sie schützt, Ich bin einfach zu scheiße für diesen Bullshit hier. Ich bin einfach zu scheiße für diesen Bullshit. 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 Oh mein Gott, du kannst dich durch Wände schießen. Ich bin einfach zu scheiße für diesen Bullshit. Ich bin einfach zu scheiße für diesen Bullshit. Ich bin einfach zu scheiße für diesen Bullshit. Oh, ich bin einfach zu scheiße. Oh mein Gott, was haben wir alles verwacht? Das war so gut. Oh mein Gott, ich habe ich auch hier überrascht. Ich bin einfach zu scheiße. Ich bin einfach zu scheiße. Ich bin einfach zu scheiße. Ich bin einfach zu scheiße, dass ich mich besser drauf habe in der υbr sporting. Der Kapp. Der Kapp. Oh mein Gott. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Er lootet echt die einzelnen Hunter jetzt noch. Ich habe sie vergessen. Was macht denn der da, Alter? What the fuck? Stell dir mal an, was der macht, Alter. Jesus fucking Christ, man. Ich habe das Keynote schon mal an. Ich bin der Karte schon mal bei mir. Ich bin der Karte schon mal an. Ich bin der Karte schon mal weg. Und ich bin der Karte schon mal weg. der 1150 giften munition zu nutzen bringt er nur ein einziges und zwar dass die nicht mehr richtig sehen können was ich aber echt machen könnte wäre das hier justin case nekromane und schnell durchs wasser und weißt du was das hier auch noch wenn man eh schon dabei sind hey nicht übel man der hat glatt was gerissen man aber die waffen funktionieren so nicht das ganze vergessen alter oder das ding hier muss weg eins von beiden man aber ich brauche das eigentlich weil ich habe sechs stunden oder so gespielt oder bei 77.000 angefangen und es ist unglaublich dass ich sogar geld gemacht habe weil ich habe mir massig ich habe mir zuerst die dlc von dem hier gekauft eigentlich habe ich mir die gestern und dann habe ich mir noch die dann habe ich mir noch die die dlc gekauft von also seine dlc habe ich gekauft und seine halt die hier und die andere die beiden gehört zusammen das hier die nutte gab es für für tritt drops ja der ronin ist auch nicht übel man ich finde es so geil dass sie die preise endlich runter genommen haben 5000 dollar gibt es dafür ich versuchte es ja schon loszuwerden aber das kannst du ja echt schon vergessen ich habe drei leute getötet ich habe drei leute getötet ich habe mich das gemacht nicht übel es gibt sogar eine team detail jetzt das ist ja mal geil sogar die team stehen hier oder was okay okay hey this is cool alter ich wusste jetzt gar nicht dass da jetzt ordentliche statistiken gibt ja wie auch immer ja für mich war es das jetzt erstmal ich jetzt mal wieder eine weile gespielt und das war toll die habe ich mir vorgekauft weil die kostet gerade nur für die nächsten das ist sogar schon vorbei oder was als ich das gemacht hat hat sich noch zwei stunden oder so und für 54 euro 94 ist es schon okay ich habe mich schon einige idee ist jetzt auch scheißegal aber da ehre ich muss jetzt echt schauen ob die qualität passt schauen wir mal